Und genehmigen uns von hier aus einen Blick ins Universum mit einem Spiegel. Ich möchte mich gerade fragen, haben Sie Zeit für ein Interview? Jetzt auch. Es gibt da so eine Idee und die Idee schlummert schon sehr lange in meinem Kopf. Ich bin da im Frauenfußballverein dabei, in der Gemeinde Dörfens. Spielst du auch selber Fußball, vielleicht kannst du mehr. Ein Schiedsrichter, Schiedsrichterin. Ich schneide gerade an einem Film. Um was geht es in dem Film? Wie man sieht, es geht um die Hunde. Ich habe mich oft gefragt, ich sehe zu oft Schilder, also Restaurants und Cafés, dass die Hunde draußen bleiben müssen. Und zu diesem Thema wollte ich einen Blockbuster drängen. Ich werde definitiv eine Geschichte über einen Menschen erzählen. Ich glaube, dass Film einfach ein riesig mächtiges Tool ist, um Ideen zu vermitteln. Mir gefällt es total gut, weil man im Team arbeitet, weil ich viel lerne, auch über das Technische und wie man was macht. Aber auch inhaltlich, wie man einen Film aufbaut, wie man rangeht und wie man Geschichten erzählt. Aber ich habe nie Zeit gehabt dafür und heuer habe ich mir einfach gedacht, jetzt nehmen wir mal die Zeit. Get really good experience and good to know how you use the cam, how you use the tools and all this stuff. Bring hier in die School of Documentary, ich glaube, ein bisschen frischen Wind rein. Sicher da jetzt eine gute Möglichkeit, das alles kennenzulernen. Also dem Studio West würde ich wünschen, dass einfach in Zukunft noch mehr so ambitionierte Menschen zur School of Documentary kommen, wie es wir sind. Weil wir sind eigentlich die absolut überambitionierten. Für welche Liga? Für die gelb-schwarze Liga. I have to like get a sense of what's going on here. Und das, was wir da irgendwie rausbringen, wenn ich mir Pridels wird, der Heuler. Also nach zehn Jahren habe ich zwei Plätze gefunden, die also den Deep Space Norm entsprechen, wo es also dunkel genug ist, sodass man überhaupt einmal die Milchstraße filmen oder fotografieren kann. I have to like get a sense of what's going on here. Das Ganze drumherum, das kann man so nicht beschreiben, das muss man einfach erleben. Danke. Vielen Dank.